요 hallo nach sylt hatten wir erstmal eine ganze Weile kein Intermitt mehr, deswegen kam auch erstmal nicht aus Kiel, wir waren in Kiel. Wir haben das schöne Station gespielt in einem mega geilen Spot mit der besten Akustik, die wir bisher hatten, das war wirklich der Wahnsinn. Das war wie wenn du mit Verstärker gespielt hast, das war richtig gut. Dann sind wir nach Berlin gefahren, endlos lange Fahrt, hat uns fünf Stunden gedauert wegen Stau und Pipapo. Genau, erstes Wohnzimmerkonzertatour, endlich, da war ich dich schön gewesen. 2. 4. 5. 5. 6. 8. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 14. 15. 15. Am nächsten Tag haben wir ein wenig Zeit gehabt, Straßenmusik zu machen. Marie war dann den ganzen Tag mit uns noch unterwegs. Wir waren wieder am Alex, wo wir letztes Jahr schon gespielt haben. Das war ganz cool eigentlich. Ansonsten war es ziemlich schwer, irgendwie einen guten Spot zu finden. Also Berlin ist dann tatsächlich für Straßenmusik doch nicht so wirklich geeignet. Wir haben dann abends bei Theresa gepennt. Im Wohnwagen? Genau, im Wohnwagen ihre Eltern. Die letzten Jahr schon mal ziemlich gut. Genau, zwei schöne Tage in Berlin. Wir sitzen jetzt hier gerade am Velodrom. Ja genau, und jetzt geht es weiter nach Leipzig. Jetzt geht es weiter nach Leipzig.